Captain Noah wurde beauftragt, die Tiere aus dem London Zoo in ihre natürlichen Lebensräume zurückzubringen. Welche Zoo Animals, Tiere aus dem Zoo, hat Noah eigentlich so dabei? Ah, einen Eisbär, a polar bear. Außerdem eine Robbe, a seal. Polar bears and seals live at the North Pole. Eisbären und Robben leben am Nordpol. Vorsicht! Es ist verlockend, aber Eisbär solltest du niemals mit Eisbär übersetzen. Seal, Robbe, kannst du dir ganz einfach merken. Seals swim in the sea. Robben schwimmen im Meer. Vom Nordpol fährt Noah weiter nach Afrika. Mit an Bord ist ein Löwe. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 BUNDEN